Die Nachbarin hat ihn in einem Pkw gefunden. Tod. Drei oder vier Schüsse in Bauch und Rücken. Tatzeit mindestens acht Stunden. Der Mann wurde ermordet und dann hierher gefahren. Der Wagen ist seit gestern Abend als gestohlen gemeldet, Chef. Wer ist der Mann? Fehlanzeige, keine Papiere. Kein Geld, überhaupt nichts. Und wie alt? Circa 45 Jahre. Ziemlich dreckig. Stinkt aus dem Maul. Tierische Alkoholpfanne. Ich wundere mich etwas. Wieso, Chef? Was hat so ein Typ in dieser vornehmen Wohngegend verloren? Erkunde dich mal bei den Nachbarn, Harry. Vielleicht haben die was gehört oder gesehen. Wird gemacht, Chef. Sieh sie mal hier, Chef. Rote Erde. Sieht aus wie vom Tennisplatz. Mhm. Interessant. Es gibt nur das, äußerst! Müni. Kasetz. Musik. Musik.